Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche allen Leuten da draußen einen frohen vierten Advent. Ja, das ist Teil 3 von meinem Gewinnspiel-Video für den vierten Advent. Und ja, das Spiel ist Witching Tower VR und wir gehen direkt mal auf die Steam-Seite. Und ja, Witching Tower VR ist ein Action-Adventure. Man muss Rätsel lösen, man muss kämpfen. Also echt cool gemacht und man kriegt nachher auch irgendwelche Zauberkräfte und so weiter. Also lohnt es sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Ist momentan sogar im Angebot 12,99. Sonst 19,99, aber hier könnt ihr es umsonst bekommen. Ich verlose einen Key für das Spiel und ja, wer mitmachen möchte, soll einfach unter die Kommentare schreiben. Ich möchte gewinnen, möchte das Spiel gerne gewinnen und so weiter und so fort. Ein Sendeschluss ist 27.12. um 13 Uhr für die Kommentare. Danach wird wieder mit einem Comment-Picker ausgewählt oder ausgelost, eher gesagt. Ja, ich wünsche euch ein frohes Fest, besinnliche Zeit mit eurer Familie und wir sehen uns dann nach Weihnachten wieder. Viel Glück beim Gewinnspiel und bis dann. Ciao. Ja, ich wünsche euch ein frohes Fest.